Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Dragon's Dogma 2. Heute geht es mal darum, wie man am besten die verschiedenen Klassen ausnutzt, um Movement zu machen. Da gibt es nämlich ein paar Dinge, die ihr wahrscheinlich schon kennt. Die allermeisten werden wissen, ey, der Erzmagierstab ist ganz gut, um höhere Bereiche zu erklimmen. Gerade wenn man die Suchermünzen sucht, ist das schon sehr von Vorteil, wenn man solche hohen Gebiete hier erklimmen kann. Nur mit dem Erzmagierstab. Dasselbe gilt auch für den Doppelspäer mit dem Drachenstoß nach vorne. Damit kann man Slopes hochjumpen. Nur das Problem ist, wenn ihr irgendwann dann ganz weit oben angekommen seid, wie kommt ihr wieder runter? Das bedeutet, wenn ihr dann irgendwann ganz, ganz oben auf so einem Berg seid oder hier auf so einer Brücke oder auf so einem Turm, ist die Frage, ey, wie komme ich wieder auf dem schnellsten Weg runter? Und manchmal ist es auch so, dass man vielleicht auf der ganz anderen Seite runter will. Aber da ist eine komplett steile Mauer oder eine steile Klippe. Da gibt es das coole neue Feature in Dragon's Dogma 2, dass man einfach auf seine Vasallen springt und die fangen einen auf. Finde ich sehr cool. Und das Feature habe ich eigentlich relativ wenig benutzt in meiner Zeit in Dragon's Dogma 2. Da gibt es nämlich einen richtig, richtig coolen Trick. Manchmal hat man nicht das Glück, dass die Vasallen genau da stehen, wo sie sollen. Manchmal laufen die euch hinterher und stehen jetzt nicht irgendwo unten an der Klippe und warten auf euch, dass ihr in deren Arme springen könnt, sondern sind ja meistens bei eurer Seite. Und was ihr da machen könnt, ist ein weiteres Feature zu nutzen, und zwar die Vasallen eine Klippe runterzuwerfen. Dann kriegen zwar eure Vasallen extrem viel Schaden ab, aber wenn sie unten sind, können sie euch auffangen. Das werde ich jetzt hier einmal demonstrieren. Komm mal her, mein Vasall nehme ich dafür. Könnt ihr einfach nehmen. Und dann sucht ihr euch aus, ey, wo will ich denn hinspringen. Wichtig, drückt Halt, damit euer Vasall nicht wieder direkt zu euch nach oben läuft. Da schmeiße ich dich hin. Und, perfekt, der Vasall stirbt. Und das ist genau das, was ich in dem Video zeigen möchte. Man kann mit dem magischen Bogenschützen einen Heilpfeil schießen, mit dem man ein Vasall wiederbeleben kann. Das Ganze erst auf Level 2, bedeutet, den Magiebogenschützen müsst ihr auch ein bisschen leveln. Aber dann könnt ihr euren Vasallen jederzeit wiederbeleben. Und jetzt, wo der Vasall da unten steht, kann ich Anlauf nehmen und in ihre Arme springen. Und die sind auch echt schlau. Die laufen dann auch genau dahin in dem Bereich. Ihr müsst also nicht komplett treffen, sondern könnt dem einfach in die Arme fallen. Und das in Verbindung mit dem Ernstmagierstab und dem Drachenstoß hat es mir ermöglicht, in der Welt relativ einfach alle Suchermünzen zu finden. Weil es wirklich einige Suchermünzen gibt, die echt schwer zu erreichen sind. Sogar mit diesen Tricks. Ich weiß manchmal nicht bei den Suchermünzen, wo die platziert wurden, wie man da rankommen soll ohne diese Tricks. Ich hatte das in meinem Klassenvideo zwar schon drin, aber für all die das vielleicht nicht gesehen haben, vielleicht auch eine kurze Info, wo es den Magic Archer gibt. Und den könnt ihr erst ganz, ganz, ganz am Ende finden, wenn ihr schon auf der Vulkaninsel seid. Dafür müsst ihr einmal runter nach Badal, durch die Grotte, wenn ihr nicht schon im NG Plus seid. Und dann hier durch. Und hier auf der Straße trefft ihr dann den Questgeber für den Magic Archer. Genau hier. Dem müsst ihr dann drei Blumen geben. Der begleitet euch nach Hause. Dann müsst ihr ihn begleiten nach Vulkaninsel. Und dort kriegt ihr dann die Klasse. Wenn ihr schon mal hier seid, würde ich euch auch direkt raten, euch hier oben den Kriegsmeister zu holen. Wenn ihr nämlich das erste Mal hier in der Vulkaninsel seid und hier den Weg hoch geht, dann findet ihr hier oben ein NPC, der euch, wenn ihr ihm drei Liköre gebt, die Kriegsmeisterklasse gebt. Und damit könnt ihr dann alle Waffen, so wie ich hier auch, gleichzeitig tragen. Bedeutet, ihr könnt jederzeit hin und her switchen, welche Fähigkeit ihr gerade braucht. Und noch eine Kleinigkeit, weil ich bislang nie die Möglichkeit hatte, das irgendwie in einem Video unterzubringen. Heute mal hier in dem Video. Es gibt in Wernwod eine Schatzkammer, wo coole und wichtige Items drin sind. Und die kriegt man nur auf mit einem Schlüssel. Ich zeige euch gerade mal einen Weg, wenn ihr die ins Schloss reingegangen seid, hier zum Garten und dann hier rein ins Schloss. Und dann links in die Tür rein und dann wieder rechts in die Tür rein und dann den Korridor hier entlang. Gibt es eine Tür zur Schatzkammer. Und manchmal wird diese Schatzkammer bewacht von einem Guard, von einem Wächter. Dann müsst ihr den Wächter hier raustragen. Dafür am besten eine Kiste nehmen, die ihr hier oben findet. Ihr werft den Wächter damit ab. Diese Kiste hier nehmt ihr. Schleppt ihn mit dahin, wo ich gerade war. Und werft den Wächter mit dieser Kiste vor der Tür ab. Bringt den Wächter raus aus dem Schloss, beziehungsweise in einen Raum weiter. Und rennt wieder hier zurück. Das ist wichtig, weil wenn ihr zum Wächter hingeht, nimmt er euch fest und schmeißt euch in den Kerker. Den Schlüssel dazu findet ihr übrigens hier in dieser Kiste. Brüchiger Schatzkammer-Schlüssel findet ihr hier im alten Schlachtfeld in dem Schloss. Ist relativ easy eigentlich zu finden, wenn ihr von Ruhestadt aus nach oben aufs alte Schlachtfeld geht. Dann den Weg hier hoch und ins Anwesen rein. Kommt ihr hier durch den Eingang durch, geht links die Treppe hoch und dann auf der Oberworld hier rüber und wieder runter. Und dann hier im Raum in der Kiste findet ihr den Schlüssel. Mit dem Schlüssel können wir dann hier rein und komplett looten das Ganze. Ich habe ehrlich gesagt mir die Kisten auch noch nicht angeguckt. Für mich auch interessant, Ring der Zuversicht, cool. Ich weiß nur, dass es hier ein cooles Schild gibt, was man gegen die Medusa nutzen kann. Verwester Medusakopf, okay. Und hier sollte das Schild drin sein gegen die Medusa. Genau, Tochter des Abends. Auch ein richtig cooles Schild, vielleicht auch richtig early im Game. Damit kann man nämlich den Blick von der Medusa zurücklenken und die Medusa sich selber versteinern lassen. Und ja, und so kommt ihr hier in diese Schatzkammer rein. Passt nicht so richtig ins Video, aber ich wollte es unbedingt mal irgendwo unterbringen. Deswegen hier mit reingepackt. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Follow auf den Kanal freuen. Sehr gerne über ein Like auf dem Video. Ich bin auch jetzt gerade live und mache Speedruns in Dragons Dogma 2. Ich möchte mal versuchen in Dragons Dogma 2 einen Speedrun auf die Beine zu stellen. Vielleicht unter 2 Stunden, 1,5 Stunden ist ja aktuell so ungefähr der Rekord. Da habe ich Bock drauf. Wenn ihr da live dabei sein wollt, gerne mal Twitch abchecken. Und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.